Der Übergang vom Winter zum Frühling bringt uns häufig aus der Balance und wir werden krank, weil wir die ersten langersehenden Sonnenstrahlen die Vorboten des Frühlings sozusagen überschätzen. Mit den Übungen unterstützen wir das, was in der Zeit wichtig ist. Wir bauen die innere Kraft und Stabilität auf, um in Balance zu bleiben.